Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Powerbrains. Ich bin Daniel Herzog und das ist der Podcast, der euch mit Brain Food im wahrsten Sinne des Wortes versorgt. Denn hier bei mir stellen sich die smartesten Sportler und Sportlerinnen unserem großen Quiz rund um das Thema Sporternährung. Wie läuft das Ganze ab? Wir starten mit einem Warm-up. Wir lernen unseren Gast erst mal ein bisschen genauer kennen. Dann geht's rein ins Workout. Das besteht aus drei Quiz-Elementen. Start, Halbzeit und Zielgerade mit jeweils zwei Runden. Und dann entspannen wir, kommen wieder runter im Cooldown, schauen uns den Punktestand an, wie hoch ist der Powerbar-Gutschein und wie viel Punkte gehen auch rein in unseren Powerbar-Spendentopf. So, und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Und der hat durch seinen Sport die Welt kennengelernt. Man braucht dafür eigentlich nicht viel mehr als ein Brett mit Achsen und Rollen. Herzlich willkommen bei Powerbrains an den Profi-Skateboarder Danny Pham. Ja Danny, schön, dass du da bist. Hallo. Ganz wichtig, Danny mit E. Ja, und ich habe, ich habe das gesehen, was ich unfassbar sympathisch fand. Ich hatte das ein Interview gegeben und hast gesagt, das ist so ein sofortiges Erkennungsmerkmal für Leute, die aus dem Osten kommen. Weil, das ist wie so Mike mit AI, ne? Ja, tatsächlich. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Muss ja nicht sein, dass es schiefgelaufen ist. Nein, es ist total speziell. Vielleicht war es so eingeplant von meinen Eltern. Also, ich muss mit leben. Und oftmals gibt es da eine kleine Verwechslung, aber es ist okay. Gibt es andere Dinge, die aus dem Osten hängen geblieben sind bei dir? Äh, ich glaube. Also, wenn ich so eine psychische Rückführung mal so richtig tief angehen würde, dann, ja, gibt es da bestimmt die ein oder anderen Merkmale. Jetzt musst du eins zumindest verraten. Ja, also mein Slang habe ich, glaube ich, ein bisschen abgelegt von da oben, obwohl es ja auch schon alles sehr flach ist. Ein Ostmerkmal? Schwierig. Ich weiß nicht, also ich wohne immer noch im Osten in Berlin. Ich glaube, da bin ich hängen geblieben. Dann hast du schon dein Ostmerkmal. Du bist in Rostock Lichterhagen geboren und wie man von dort aus zu einem der besten Skater Deutschlands wird, das finden wir jetzt mal ein bisschen raus. Wir lernen dich besser kennen und starten ins Warm-Up. Und ich muss ehrlich sein, für mich, oder ich werde jetzt gerade durch dich wieder so zurückversetzt in mein 14-, 15-jähriges Ich, ja, weil da sehe ich gerade, sehe ich das Bild vor mir, ich mit meinem Dickies-Pullover, meiner Carhartt-Baggy-Pants, meinen Vans-Schuhn irgendwie, also Tony Hawk zocken irgendwie die ganze Nacht. Ist das was, wie du auch dazu gekommen bist? Also schön, dass du schon mit 14 Dickies und Carhartt-Pants hattest. Wirklich? Hatte ich echt? Es gab auch diese Gürtel, wo du die Gürtelschnalle so, oder nicht die Gürtelschnalle, aber den Gürtel so runter hast hängen lassen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber hatte ich nicht. Hattest du nie? Nee, es klingt nach einem wahnsinnig guten Privileg. Also meine Sachen zu der Zeit waren, glaube ich, von Kick. Hauptsächlich die Standard-Jogginghosen, irgendwie so Trackpants und irgendwie Black. Nicht falsch verstehen, das war schon was Besonderes. Man hat das dann so zu Weihnachten bekommen und war der glücklichste Mensch der Welt, als ich meinen Dickies-Pulli hatte. Ja, fühle ich, fühle ich. Absolut. Nee, bei mir war dann die Garderobe doch ein bisschen sehr simpel eine Zeit lang. Aber Tony Hawk? Ja, genau. Das war definitiv so ein Moment, wo ich ganz viel Skateboarding mit aufgesaugt habe. Dadurch, dass Tony Hawk's Pro Skater, das Playstation-Spiel, eins der wenigen Medien war, wo man halt Skate-Tricks, Skateboarder, also die Fahrer selber, aber halt auch Videos irgendwie freischalten konnte. Und das hat einen schon so ein bisschen eine Basis gegeben an Wissen. Ja, ich werde nie vergessen, also diesen Trick gibt es wahrscheinlich nicht, aber ich habe es fertiggebracht, den Death-Grind zu machen. Du warst auf einem Hochhaus, bist da runtergesprungen und hast quasi dann aus dem Sprung einen Grind gemacht und das war der Death-Grind. Es gab immer diesen Highscore, der dann so gelaufen ist, der hat nicht mehr aufgehört zu zählen. Also ich weiß nicht, wie viele Punkte der am Ende gegeben hat, aber es gab den Death-Grind. Den Death-Grind, ja das Team, das das Spiel entwickelt hat, ist glaube ich echt ein bisschen wild gegangen bei den ganzen Special-Tricks und irgendwann habe ich sie auch alle gemacht, weil ich habe das Spiel wirklich weggesuchtet. Also zumindest Teil 1 und 2 war so, ja, viele, viele Lebensstunden. Jetzt ist aber trotzdem irgendwie so, man skatet mal so ein bisschen rum, ich hatte dann auch so ein Deck und habe das versucht, viele blaue Flecken dann dadurch bekommen und so das Einzige, was ich so geschafft habe, war so ein Olli. Ich glaube, ich habe einmal einen Kickflip geschafft, ja, da bin ich heute noch stolz drauf. Bei dir ist es definitiv besser gelaufen. Wie fängt sowas an? Also einmal einen Kickflip landen ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Da gehört viel Geduld zu, also ich weiß, dass ich meinen ersten Kickflip, glaube ich, nach fast einem halben Jahr erst gelandet habe. Also vorher habe ich halt die Zeit mit Cruisen und Ollis und ja, halt so diesen Basics irgendwie verbracht und irgendwann ging das dann so los mit so den ersten Flip-Tricks und irgendwie den ersten Skatepark in der Gegend auschecken, seine Freunde kennenlernen, die halt auch skaten und so, dass sich diese ganze Community drumherum irgendwie für einen entwickelt hat. Aber bei mir war es dann irgendwann so, ich bin halt nicht mehr weitergekommen. Also dieser Kickflip, das war so wirklich das Höchste der Gefühle. Und dann habe ich ehrlicherweise auch irgendwann die Lust verloren. Das ist bei dir nicht passiert. Warum nicht? Weil du einfach immer besser wurdest. Ich habe nicht die Lust verloren, weil das so eins der wenigen Sachen war im Leben, die mir so richtig Spaß bereitet haben. Also keine Ahnung, da wurde so ein Feuer entfacht. Irgendwie konnte ich mich damit wahnsinnig gut beschäftigen. Eigentlich hat sich so 24-7 alles darum gedreht. Vorher habe ich viel Fußball gespielt und das sehr intensiv und im Verein. Also ich glaube, ich hatte eh immer schon so eine sportliche Ambition und vielleicht habe ich sogar ein bisschen Fußfertigkeit vom Fußball ins Skate mit rübergenommen. Aber ich fand das Faszinierende dann, dass ich den Sport praktizieren kann, ohne Trainingszeiten haben zu müssen. Also ich gehe halt raus, wann ich will, wohin ich will und habe keinen Trainer, der mir irgendwie sagt, was ich machen soll. Also die Tatsache, dass man halt mit seinem Skateboard an Sachen grinden kann und Stufen runterspringen kann, also als Fortbewegungstool, fand ich so cool. Und das Ganze drumherum, dann die Kultur, Klamotten, Musik und ich glaube, das hat dann insgesamt dafür gesorgt, dass ich dann quasi vernetzt war. Jetzt ist das natürlich ein sehr schönes Hobby, was man schön betreiben kann, was aber sehr zeitintensiv ist. Bei dir wurde das Ganze dann ein bisschen professioneller durch dieses Sponsor-Me-Tape, was du irgendwann mal hochgeladen hast. Was hat es damit auf sich? Also wir haben eh immer schon gefilmt als Teenies, keine Ahnung, ich war so 13, 14, 15 und das war total special damals, eine Kamera zu bekommen, woher auch immer, weil es einfach sehr hart war, dranzukommen und die waren einfach sehr teuer, diese kleinen Camcorder. Und dann hatte Benni, also ein alter Freund, eine Kamera und irgendwann bin ich nach Berlin und dann meinte er, Janik schallt zu mir. Also ein damals sehr guter, bekannter Skater mittlerweile, also bereits aus Deutschland, der meinte zu mir, hey, schick mir mal ein Sponsor-Me-Tape, was du machst, ist gut. Und dann habe ich das halt gemacht, also es war für mich eh ein Kompliment. Und dann hatte ich dann meine kleine Mission, das ging auf YouTube und zwei Tage später hatte ich dann meine Sponsoren, also meine ersten beiden Sponsoren. Ja, was dann auch so nach und nach eben diesen Sport, dein Hobby wirklich finanziert hat. Ja genau und ich glaube einfach dieses Film selber, das hat einen immer motiviert dran zu bleiben. Also weißt du, du filmst was, lernst einen neuen Trick, siehst das Ergebnis und bist so, okay, das kann ich besser machen oder ich will was Neues lernen. Also dieses direkte Resultat von Videoaufnahmen ist schon motivierend. Quasi eine Videoanalyse jedes Mal, wenn du wieder skatest. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du mal gesagt hast, Erholungspausen, kleine Trainingseinheiten und die richtigen Mahlzeiten seien wichtig, um durchzuhalten. Was sind denn für dich richtige Mahlzeiten? Also drei richtige Mahlzeiten sollte man am Tag haben, glaube ich und alles was dazwischen ist, ist auch okay. Ja, Frühstück, Mittag, Abendbrot sind drei richtige Mahlzeiten, aber ich mache auch, also ganz ehrlich, ich esse zwischen 10 und 9 Uhr abends eigentlich alles und was ich will. 80 Prozent davon dürfen gesund sein. Und was hat es mit dem Loserlunch auf sich? Das Loserlunch war, du hast gute Recherche betrieben, das habe ich lange nicht mehr gehört. Props gehen raus an Lisa. Ja, das Loserlunch war so meine, das hat gerade so in mein Budget früher gepasst, als junger 15-Jähriger, um den 8-Stunden-Skate-Tag irgendwie zu überstehen, in Form von Semmel und Frischkäse. Aber Eistee hat auch dazugehört, oder? Und Eistee, ja, der gute und günstige. Der gute und günstige Eistee, okay. Schauen wir mal, ob dich das jetzt durchs Quiz bringt. Wir starten mal rein. Gehen an den Start. Start. Und das ist relativ simpel, denn du musst einfach nur sagen, ist das, was ich behaupte, wahr oder falsch? Wenn du richtig liegst, zwei Punkte. Wenn du falsch liegst, null Punkte. Es geht los mit Kohlenhydraten. Also, bekannt ist, Kohlenhydrate vor dem Sport fördern die Leistung. Man geht also davon aus, dass jetzt zum Beispiel eine Portion Porridge gegessen wird. Bei dir wissen wir, Loserlunch, ja. Und ich sage jetzt, schon das Ausspülen des Mundes mit einer kohlenhydrathaltigen Flüssigkeit kann zu einer unmittelbaren Steigerung der Leistung führen, auch wenn das Getränk nicht geschluckt wird. Ist diese Behauptung wahr oder falsch? Das ist sowas von falsch. Weil es einfach Quatsch ist. Ja, es ist also in meinen, das klingt erstmal nach Quatsch, ja. Ich meine, du führst deinem Körper ja nichts zu. Aber ich meine, wenn du das jetzt, also überleg mal, du putzt dir die Zähne, ja, und dann spülst du ja auch mit Wasser aus, machst du ein Pfff, ne, und sowas. Dann geht ja trotzdem so ein bisschen was irgendwo, bleibt ja doch hängen, oder? Ja, aber das wird so minimal sein. Das kann ja mich jetzt nicht fördern wirklich, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also, wenn das war es, dann werde ich jetzt mehr spülen. Ja, mehr durchspülen. Mehr gurgeln. Mehr gurgeln. Okay, wir hören mal rein. Die Antwort kommt nämlich von unserem Nutrition-Experten Philipp Rauscher. Diese Aussage ist wahr. Alleine das Ausspülen des Mundes mit einer kohlenhydrathaltigen Lösung kann über die Aktivierung bestimmter Rezeptoren der Mundschleimhaut auch zu einer Aktivierung im Gehirn führen, was zu einer unmittelbaren Leistungssteigerung führen kann. Interessant ist das vor allem dann, wenn Athleten bei hoher Intensität nicht in der Lage sind, adäquate Kohlenhydrate oder Flüssigkeitsmengen aufzunehmen. Allerdings ersetzt dieses Vorgehen nicht die Kohlenhydratzufuhr bei Belastungen, bei denen die Glykogenspeicher in der Muskulatur den limitierenden Faktor darstellen können. Damn. Krass, oder? Also, ich hätte dich auch nie gedacht, ehrlich gesagt. Ich hätte einfach sagen sollen, dass es wahr ist, weil allein die Tatsache, dass man so eine Frage gestellt bekommt, da muss ja was dran sein. Also, das kann man sich ja nicht ausdenken. Also, wird mehr gespült im Hausefarben demnächst. Mehr gegurgelt. Ja, gekurgelt. Okay, also, Start ist, aber gut, der war schwer, wirklich, muss ich sagen. War nicht ganz einfach. Wir machen weiter. Wenn man Spinat hört, denkt man automatisch an? Eisen. Richtig. Und an welche Figur? Popeye. Popeye, richtig. Also, zumindest geht es mir so. Weil natürlich, Spinat war das Superfood von Popeye und das hat natürlich was mit dem hohen Eisengehalt zu tun, wie du auch schon gesagt hast. Hast du ein Superfood, jetzt mal abgesehen vom Loserlunch? Äh, also, Bananen. Bananen sind dein Superfood? Bananen sind mein Superfood, absolut. Weil die, weil die dir Power geben? Ja, vielleicht ist auch Placebo mit dabei, aber irgendwie sagt man… Oh, sie schmecken dir einfach. Es schmeckt auch, aber es sagt mir auch so, ey, wenn ich eine Banane irgendwie eine Stunde vorher esse, habe ich immer eine bessere Session. Und das ist, glaube ich, auch wahr. Ich weiß gar nicht, was Bananen, was jetzt das Besondere bei Bananen ist, aber wir bleiben beim Spinat. Und ich behaupte, Spinat hat einen überdurchschnittlich hohen Eisengehalt. Ist das wahr oder falsch? Ähm, ich glaube, wenn man den in riesen Mengen konsumiert, dann hat er einen großen Eisengehalt. Ansonsten, also in normalen Portionen, so in der Popeye-Dose, wird das, glaube ich, noch human ausfallen. Aber ich meine, wir haben ja, oder du hast sogar vorhin gesagt, das war ja dein erster, deine erste Assoziation war damit, ja, Eisen. Weil so das Erste, was du gesagt hast, das würde dem ja jetzt widersprechen, was du gerade sagst. Ich glaube einfach, es gibt eisenreichhaltigere Gerichte oder Lebensmittel. Okay, also dann sagst du, das, was ich hier sage, also Spinat hat einen überdurchschnittlich hohen Eisengehalt, ist falsch? Jetzt ist es so wieder so eine Trickfrage. Ich sage, ja, ich sage, es stimmt, ja, es hat einen überdurchschnittlich großen Eisen. Also änderst du nochmal deine Meinung? Ja, ich sage jetzt einfach viel. Okay, viel. Ist leider falsch. Ich habe dich verunsichert. Du hast mich verunsichert. Nee, ich habe dich wirklich verunsichert. Ja, weil Spinat hat mit etwa 3,4 Milligramm Eisen pro 100 Gramm zwar jetzt einen ordentlichen Eisengehalt, aber der Eisengehalt von 35 Gramm pro 100 Gramm, ja, was man so in manchen Nährwerttabellen liest, das ist tatsächlich ein Druckfehler. Also das hat, irgendwann wurde das mal falsch da drauf gedruckt und es stimmt einfach nicht. Dann hatte ich also doch recht. Du hattest ursprünglich recht. Also im Kopf kannst du dir zwei Punkte geben. Ich muss dir offiziell, muss ich leider hier eine Null hinschreiben. Ich gehe heute mit Null raus, ich sage es dir. Nein, wir sind ja erst am Start. Ist ja noch viel zu holen. Du bist Profi-Skateboarder, würdest aber trotzdem dem Nachwuchs gar nicht so zwingen, dazu raten, Skateboarder zu werden. Wer hat das gesagt? Du. Echt? Ja, weil du hast gesagt, du würdest das nicht unbedingt empfehlen, weil Verletzungsgefahr riesig und du hast eben keine Sicherheit, weil es ist halt kein richtiger Beruf. Ja, das ist mehr oder weniger richtig. Ich glaube, ich will heute meine Meinung ändern und sage, ja, widerlege, was ich damals gesagt habe. Nee, super. Es kommt drauf an, ob man einfach Bock drauf hat, oder? Absolut. Aber ich meine, wie du schon sagst, irgendwo muss Geld ja auch ein bisschen herkommen. Man muss ja auch Geld verdienen. Also wenn man wirtschaftlich jetzt anfangen will zu gucken, dann ist es schon eine tricky Nische. Aber es hat natürlich trotzdem einen sehr großen Mehrwert. Also was, glaube ich, so Resilienz und das Dranbleiben angeht. Also wirklich so, was man daraus so ziehen kann als Sport oder als Kultur. Also für mich persönlich hat das einen sehr, sehr großen Mehrwert. Aber es ist nicht ungefährlich. Ich habe vorhin von meinen blauen Flecken erzählt, weil ich eben auch nicht wirklich spektakuläre Tricks machen konnte. Aber Verletzungsgefahr ist schon hoch, oder? Was waren so deine schlimmsten Sachen, die du hattest? Ja, klar, man geht ständig mit irgendwie Schrammen, blauen Flecken nach Hause. Und wenn es blöd kommt, hast du auch mal mehr als das. Also überdehnte Bänder. Und das sind halt so die Klassiker, ich glaube, halt ähnlich wie im Fußball, weil es halt viel Stop-and-Go-Bewegung hat. Aber es ist irgendwo auch ein überschaubares Risiko, weil man lernt ja auch zu fallen. Also ich kenne jetzt nicht so unglaublich viele Leute, die die schlimmsten Verletzungen davon getragen haben. Also viele wurden auch wieder filled mit Kreuzbandrissen etc. Ja, aber genau das, was du sagst, dieses Lernen zu fallen, ich glaube, das ist wirklich so mit das Wichtigste, oder? Damit man eben gerade Verletzungen vorbeugt. Ja, so eine kleine Judo-Rolle muss man schon drauf haben. Also klar ist es natürlich vorteilhaft, wenn du irgendwie klein und kompakt bist, da fällst du immer besser und rollst dich besser ab. Und jetzt sage ich mal so jetzt große, schlachsige Typen, die haben eh schon mehr mit sich rumzutragen. Da ist auch oftmals irgendwie auch Verletzungsrisiko höher, glaube ich, so prozentual. Die brechen auch mehr Boards, so ein bisschen klamsiger. Ja, am besten bist du 1,70 Meter groß. Wie groß bist du nochmal? 1,82 Meter. Also hast du eigentlich gar keine gute Statur für Skateboardfahren? Ich bin am strugglen. Disbalance ist da, ne? Aber dafür machst du es, glaube ich, ganz gut. Jetzt müssen wir schauen, dass du hier auch beim Quiz langsam auf Kurs kommst. Wir gehen mal Richtung Halbzeit. Halbzeit! Und jetzt wird es auch einfacher für dich, weil du kriegst jetzt eine Frage für mir gestellt, aber vier Antwortmöglichkeiten. Kannst dich da entscheiden. Liegst du richtig, kriegst du vier Punkte. Wenn jetzt diese vier Antwortmöglichkeiten zu viel sind, dann hast du einen 50-50-Joker, also ein bisschen so, wer wird Millionär mäßig. Dann kriegst du aber auch nur zwei Punkte pro richtige Antwort, wenn du diesen 50-50-Joker brauchst. Frage 1. Es dreht sich um Kohlenhydrate. Die Empfehlungen zu Kohlenhydratzufuhr werden in der Literatur der Sporternährung meist sehr hoch angesetzt. Meine Frage ist, warum sind Kohlenhydrate für Sportler und Sportlerinnen wichtig? Relativ simple Frage. Vier Antwortmöglichkeiten. Sie liefern schnelle Energie. Sie sind wichtige Baustoffe für Muskeln. Sie liefern kaum Kalorien. Sie sind wichtig für die Gelenkgesundheit. Also schnelle Energie, wichtige Baustoffe für die Muskeln, kaum Kalorien oder wichtig für die Gelenkgesundheit. Die Antwort ist A. Die Antwort ist A. Und das kam sehr sicher. Und ich wahrscheinlich, du guckst mir das an, ich soll dich jetzt doch gar nicht weiter verunsichern oder irgendwas. Du bleibst bei A. Ich bleib bei A. Wir loggen ein. Das ist richtig. Vier Punkte. So, also mit Null gehst du schon mal nicht raus. Das ist absolut richtig. Also anders als Fette, die als Energielieferanten dienen können, sind Kohlenhydrate bei körperlicher Anstrengung begrenzt. Das liegt daran, dass der Körper Kohlenhydrate im Vergleich zu Fetten nicht unbegrenzt speichern kann. Also, sehr, sehr gut gemacht. Wir machen weiter mit Kreatin. Schon mal benutzt Kreatin? Mhm. Ja. Weil du Pumper bist. Ja, bei Zeiten. Ich gehe manchmal ins Gym. Aber da würde ich auch so pumpen, pumpen? Ja, ich glaube, mein Workout besteht schon aus verschiedenen Bausteinen. Klar, Cardio mache ich eh schon beim Skaten viel. Aber ja, so Kraft und Ausdauertraining mache ich schon auch separat noch im Gym manchmal ein bisschen. Das würde mich mal interessieren. Also, gibt es spezifische Übungen für Skater? Was braucht man da? Ich glaube, es gibt einiges an Präventivtraining, was sich jeder Skater mal reinfahren könnte. Ich glaube, im Jungalter jetzt nicht so wichtig. Aber ja, ich würde sagen, spätestens wenn man die 25 so hittet oder auch so noch später über 30, dann muss man was machen, um irgendwie Stabilität reinzubringen. Also, was ist dann? Tiefenmuskulatur oder was ist quasi, dass du eben diese Balance erhalten kannst? Oder was ist quasi wichtig? Ja, also Tiefenmuskulatur. Also, du musst ja beim Skaten schon damit rechnen, dass viele Erschütterungen auf dich eintreffen. Du landest einen Trick unsicher. Du fährst auf rauerem Boden als sonst. Und dann wackelt es halt komplett. Also, von oben bis unten. Und das ist der ganze Körper. Und das Board halt irgendwie smooth. Weiterfahren brauchst du halt Stabilität. Und dafür mache ich halt auch so Rumpftraining, weil ich glaube man... Also, nicht ich glaube. Also, du skatest einfach aus der Mitte heraus. Also, das Springen, klar, passiert das irgendwie mit den Beinen. Aber der Rumpf steuert das Ganze. Also, ob du jetzt einen 180 machst, also einen Sprung mit einer 180-Grad-Drehung, das macht ja alles irgendwo, der Rumpf. Und deswegen ist der halt zum Beispiel wichtig zum Trainieren. Und das macht man am besten irgendwie zu Hause oder im Gym. Also, nochmal abseits vom Skaten selber. Und du hast vorhin gesagt, das macht man alles ohne Trainer, weil man hat keinen Trainer, oder? Ja und nein. Also, ich meine, du bist jetzt auch im National-Team. Also, gibt es da auch keinen Trainer? Also, ich wurde früher auch immer mal wieder angeleitet von freien Leuten. Also, jetzt keine offiziellen Trainer, aber halt... Leute, die einfach das Wissen mitgebracht haben. Und mittlerweile ist es ja so, dass ich irgendwie auch Trainer habe. Der Rainer, oft an meiner Seite. Hallo Rainer. Hi Rainer. Nee, bester Mann wirklich. Also, erstmal Grüße an ihn und ganz großes Danke dafür, dass der mich ein bisschen an die Hand nimmt und mir so ein paar Sachen auch beibringt. Und wir machen halt einfach sehr viel Präventiv-Training. Also, wirklich so die Sprunggelenke irgendwie aufbauen, also so halt aktivieren. Explosiv-Training. Dann geht man irgendwie mal in eine Sandgrube, macht dort explosives Rennen, also Lauftraining. Ja, weil das sind halt diese ganzen Stop-and-Go-Methoden, die man halt beim Skaten hat. Du springst zehn Stufen runter mit, weiß ich nicht, 25 kmh und musst irgendwie schnell ausbremsen, stürzen, eine Judo-Rolle machen oder abbremsen. Wir kommen zurück zum Kreatin. Die Frage ist, warum kann ein Skateboarder von der Zufuhr von Kreatin profitieren? A, weil eine Kreatin-Zufuhr vor allem die Schnell- und Maximalkraft steigern kann. B, für eine bessere Langzeitausdauer. C, um schneller zu regenerieren. Oder D, Kreatin macht für Skateboarder keinen Sinn. Also, viele würden, glaube ich, einfach D sagen, aber ich bin heute mal bei C. Weil du es natürlich auch selber benutzt, ne? Also, du denkst, du nimmst Kreatin, um schneller zu regenerieren? Ja, genau. Also, genau. In extremen Sportphasen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt immer am Limit trainiere, aber, also, manchmal kommt es dann halt vor. Manchmal ist es einfach intensiver und da hilft dein Kreatin. Also, sicher C, kein 50-50-Joker, nichts. Du bleibst bei C. Ne, den hebe ich mir noch auf. Den hebst du dir noch auf? Den brauchst du gar nicht mehr so lange, weil das ist die letzte Frage, wo du den anwenden kannst. Also, du könntest ihn jetzt verwenden, aber würdest dann auch nur zwei Punkte bekommen. Okay, ich rufe Rainer an. Genau, Telefon-Joker, das können wir mal drüber nachdenken, aber das mal einführen. Also gut, willst du bei C bleiben ohne 50-50-Joker? Ja, ich habe was aufzuholen. Du hast was aufzuholen, genau. Wir loggen C ein, wenn du das unbedingt möchtest und hören, was Philipp Rauscher uns als Antwort gibt. Richtig ist A, weil eine Kreatinzufuhr vor allem die Schnell- und Maximalkraft steigern kann. Eine zusätzliche Kreatinzufuhr kann dazu führen, dass die Sportlerin oder der Sportler mehr Kraft in kürzere Zeit entwickeln kann. Das macht sich natürlich bei Sprüngen sehr stark bemerkbar. Aus diesem Grund heraus kann ein Skateboarder von einer Kreatin-Supplementierung profitieren. Oh. Ja, also es hat tatsächlich nichts mit der Regeneration zu tun. Da ist es wahrscheinlich dann eher Protein, was du dafür brauchst. Also ich meine, es ist nicht schlecht, dass du es nimmst, weil du hast es eigentlich schön erklärt, die vielen Sprünge, die du auch machen musst, da geht es dann um diese Schnellkraft. Und dafür ist Kreatin eigentlich sehr, sehr gut. Okay, ich glaube, jetzt geht der Kreatin-Markt nach oben nach dieser Antwort, wenn die Skateboarders da draußen hören. Wenn die Skateboarders hören, ja. Und du kannst natürlich jetzt auch in die Welt tragen, ja. Also nehmt Kreatin, wenn ihr höher springen wollt. Wenn wir es mal runterbrechen. Wir gehen langsam, aber sicher auf die Zielgerade. Zielgerade. Wir haben vor diesem Podcast nochmal einen Kaffee getrunken zusammen. Wie sieht es generell mit deinem Koffeinkonsum aus? Oh. Oh, der ist ganz tückisch. Zu hoch? Nicht zu hoch, aber ich brauche den, glaube ich, morgens. Sonst wird es schwierig. Neulich ging es sogar. Also ich war, ich weiß gar nicht, wo war ich? Ich glaube, in L.A. Und wir waren so ein bisschen in der Pampa. Also außerhalb von L.A. Wir waren nicht in L.A., wir waren im Norden. Also da war es auch sehr kalt. Trainingslager gehabt und da gab es keinen richtigen Kaffee. Das war Dorf. Also nix mit irgendwie Barista, Hafermilch, geilen Flat White. So wie du es aus Berlin kennst. Ja, so ein Kaffee aus der Kanne und dann stand da noch Kaffee mit IMF geschrieben. Also es war irgendwie so, also Coffee mit IMF. Ja. Genau. Also wir waren in Stadion Springs. Und da habe ich tatsächlich, glaube ich, drei oder vier Tage keinen Kaffee getrunken und habe gemerkt, dass es mir überhaupt nicht schadet. Das war mal wieder schön zu sehen. Aber wenn ich zu Hause bin und so die Barista oder die Siebträger anschmeiße, dann ist es einfach lecker. Ja, morgens. Er füllt schon so seinen Zweck. Aber das heißt, du bist dann schon anspruchsvoll, wenn es um Kaffee geht. Also deshalb hast du auch dort in L.A. dann eben keinen Kaffee getrunken, weil konntest du nicht trinken. Ich kann auch zu Not, also mit etwas Schlechterem auskommen manchmal, aber so... Aber Plörre ist schwierig. Ja, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Aber ich habe auch mal Zivildienst auf Station gemacht im Krankenhaus und da gab es halt dann auch viel Plörre aus Kleintassen. Ich habe im Altenheim gemacht, der war auch nicht viel besser. Aber eine Tasse pro Tag. Echt nicht mehr? Heute war die zweite, tatsächlich. Aber das ist auch eine special occasion hier. Also in dem Fall sagt man dann mal ja, aber eher sonst eine. Dann schauen wir doch mal. Ich frage dich jetzt, in dieser Runde geht es nämlich ums Schätzen. Also du kriegst eine Frage von mir gestellt und du darfst schätzen. Wenn du richtig liegst, gibt es sechs Punkte. Und ich frage dich, um wie viel Prozent kann man nach dem Konsum von Koffein im Schnitt seine sportliche Performance verbessern? Wir reden von einem Durchschnittssportler. Was glaubst du, wie viel Prozent sind das? Also ich glaube, ich merke es ja bei mir selbst oft und würde sagen, durchschnittlich 18 Prozent. 18 Prozent? Ja. Das ist schon ein sehr spezifischer Wert, den du jetzt da hast, ne? Ja, vielleicht hilft es mir. Logisch, wir haben so einen Schätzrahmen natürlich auch. Ich kann auch 20 sagen. Also du glaubst aber auf jeden Fall, dass es schon eher mehr sind als weniger als 18 Prozent? Ja, ich wollte irgendwo dazwischen liegen zwischen 15 und 20, deswegen habe ich 18 gewählt. Also ist es, glaubst du, ist es, wenn wir jetzt von der 18 auf... Ich sage schon viel, 20. Ich glaube, ich nehme doch lieber 15. Also genau, das ist jetzt so meine Frage. Wenn wir, wir gehen jetzt von dieser 18 mal aus, glaubst du, ist es eher weniger als 18 oder es ist mehr als 18? Weniger als 18. Es ist weniger als 18, also eher so 15, sagst du? Ja. Okay, dann ich logge 15 ein. Und die restlichen zwei Prozent sind Placebo. Und sage dir, das ist richtig. Boom! Sechs Punkte. Es ist eine wirklich riesen Range. Es liegt zwischen 2 und 16 Prozent. Deshalb wollte ich nicht unbedingt von diesen 18 wegkriegen. Weil damit hättest du leider keine Punkte bekommen. Ich muss hier noch deine sechs notieren. Koffein hat eine stimulierende Wirkung auf unseren Körper und kann zu einer Ausschüttung des Hormons Adrenalin führen. Adrenalin versetzt uns sozusagen in den Leistungsmodus. Die große Spannbreite jetzt, die wir jetzt hier haben, der Leistungsoptimierung, hängt dabei von den unterschiedlichen Faktoren ab. Beispielsweise, wie stark der typische tägliche Koffeinkonsum ausfällt. Also bei dir, wenn du wirklich nur eine Tasse trinkst, Kaffee, dann kann schon sein, dass du eher einen größeren Effekt hast, als wenn du dir halt, weiß ich nicht, 15 Powerdrinks, Energydrinks reinhaust und 13 Kaffee am Tag. Dann ist diese Schwelle eben nicht mehr so krass da. Aber man sagt eben, und deshalb haben wir diese große Range, 2 bis 16 Prozent. Wow! Wieder was gelernt. Also das heißt, du darfst gerne zwei Kaffee auch am Tag trinken, dann haben wir ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit. Ich will mir ja meinen Effekt bewahren. Jetzt hast du gerade gesagt, Zivi hast du gemacht, hast mit 16 die Schule beendet, dann Zivi und dann keine Ausbildung gemacht, sondern dann hast du gesagt, ich werde Skateboarder. Genau, ich habe gesagt, ich gehe jetzt auf Reisen, Mama, ciao. Nee, ich musste erst mal für mich skaten und gucken, was halt noch so geht. Also ich hatte halt irgendwie das Gefühl, dass ich damit was reisen möchte. Ich hatte eh ein richtig cooles Umfeld an Freunden und ein Netzwerk, was vom Skateboarding stammte. Und das halt irgendwie, also wenn du eine Ausbildung dann zu so einem Moment machst, dann kannst du halt eigentlich alles auch schmeißen, was so deine Skatekarriere angeht. So war es in meinen Augen damals. Und ich habe auch in Rostock gelebt und da ging eh schon relativ wenig mit Skaten. Deswegen bin ich dann mit Berlin nach dem Zivi, irgendwie mit 19 oder 20 und dann kam das alles so mir zugeflogen. Was ja nicht schlecht ist. Also ja, nee, das war optimal. Also ich hatte okayes Geld, mehr als in der Ausbildung. Und an so einem Punkt zu sagen, hey, ich gehe jetzt eine Ausbildung ruhig, keine Ahnung, was verdient man da, 300, 400, 500 Euro. Das zu tauschen gegen das Leben, was ich habe, das war überhaupt keine Option. Das klingt sehr, sehr schön. Jetzt trotzdem meine Frage, wie lange kann man denn skaten? Also rein körperlich? Ich glaube, da sind wir gerade noch in der Ausprobierphase. Es ist ja noch ein junger Sport. Deswegen glaube ich, kommen jetzt auch viele ältere Herrschaften so in den Alter, wo die erst mal austesten dürfen, wie lange man das machen kann. Und da gibt es gerade ein paar Ausnahmetalente, die gehen da bis an die Ende 30. Also ein Paul Rodriguez mit 39, ein Andrew Reynolds mit 45, Eric Koston, Tony Hawk ist über 50. Und ich glaube, da hängt ganz, ganz viel vom Mindset auch ab. Natürlich auch das Training und Verletzungspech. Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Aber generell würde ich einfach mal behaupten, dass Skaten total anpassbar ist. Also du kannst es locker bis 40, 45 machen. Also ich glaube, viele gehen dann später auch in so ein bisschen Low-Impact-Skaten rüber, dass du halt nicht mehr wöchentlich 10 Stufen oder mehr runterspringst, sondern eher so technisch dich irgendwie damit aufhältst, so Low-Impact zu skaten. Aber trotzdem, also wenn wir jetzt mal von diesen 40, 45 Jahren ausgehen, die man das macht, danach ist auch noch ein bisschen Leben übrig. Also was macht man danach? Was macht man danach? Hast du einen Plan? Das ist ja auch so eine Frage ans Leben generell. Was will man mit seinem Leben machen? Aber wenn du jetzt eine Ausbildung zum Beispiel gemacht hättest, dann weißt du, ich muss hier bis, wie lange muss man in Deutschland? 67 arbeiten. Und dann mache ich das so. Und dann hast du so einen Plan. Du hast den ja nicht in dem Sinne, ne? Nee, ich habe den so in dem Sinne nicht. Also bei mir findet, glaube ich, generell immer viel Neuentwicklung statt. Also meine Arbeit, mein Umfeld und halt auch, wie viel Gas habe ich in meinem Tank noch, um Skateboarder auf professioneller Ebene zu sein. Und ich glaube, da habe ich meistens irgendwie so drei, vier Jahreszyklen, wo ich realistisch sagen kann, okay, das ist gerade körperlich noch drin. Und mein Mindset ist auch noch da, dass mir Antrieb gibt, weiter zu skaten. Aber das ist für mich als Selbstständiger, also ich war ja immer selbstständig aufgestellt und das passiert halt, glaube ich, bei jedem Selbstständigen. Außer du hast halt irgendwie einen Betrieb, der stetig irgendwie gefüttert werden muss. Und es ist natürlich auch, wenn man diesen vorgefertigten Plan sozusagen jetzt, der dir durch einen Beruf irgendwie vorgedruckt ist, sozusagen nicht hat, hat man natürlich auch die Kreativität, um viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich finde es sehr interessant. Ich frage mich tatsächlich, wie gesagt, ich habe auch mal so ein bisschen versucht zu skaten. Ist Skaten wirklich anstrengend? Ja. Also du weißt, was ich meine. Wir hatten hier zum Beispiel Sebi Kiele sitzen, der ist Iron Man. Das glaube ich, das ist anstrengend. Aber ist Skaten anstrengend? Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall wahnsinnig anstrengende Sportarten und es gibt wahnsinnig starke Frauen und Männer da draußen, die das machen. Im Skaten ist es so, es kann so ausgeführt werden, dass du, glaube ich, keinen richtigen Sport machst, sondern eher so, naja, dich bewegst ein bisschen intensiver, vielleicht so Joggen. Bewegungstherapie. Aber es wird doch durchaus anstrengend, tatsächlich. Also wenn du Contest fährst, hast du schon irgendwas, glaube ich, einen 140er Puls nach 45 Sekunden durchballern. Ist nicht schlecht. Also was auch Marathonläufern entspricht. Und da wird es anstrengend. Also da geht dir so die Pumpe, dass du eigentlich auch nicht mehr kannst. Genau. Das ist halt dann ein anderer Kraftaufwand. Also der Iron Man, der macht halt irgendwie andere Sachen. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann wieder eine andere Belastung. Jetzt habe ich eine Frage. Wie viel wiegst du? Ich glaube, ich wieg 73. 73, okay. Das passt ungefähr, weil die Frage, die ich jetzt habe an dich ist, wie hoch ist der Energieverbrauch eines durchschnittlichen 75 Kilogramm schweren Skateboarders während einer Stunde intensiven Skateboardfahrens? Was würdest du sagen, wie viele Kalorien verbrennt man, wenn man intensiv Skateboard fährt und zwei Kilo mehr wiegt als du? Boah, das ist eine total relative Frage. Wer auch immer da wen bemessen hat, kommt ja voll drauf an, was der getrieben hat in dieser Stunde. Also wir sagen ja wirklich intensiv. Also jetzt nicht vielleicht ganz am Leistungslimit, aber du machst schon Contestfahren. Stunde? 800 bis 1000 Kalorien vielleicht? 800 bis 1000 sagst du? Schon viel. Ja, ist halt krass. Cardio ist echt viel, wenn ich vergleiche. Ich sitze eine Stunde auf dem Fahrrad und ballere durch. Ja, ich gehe doch mal runter mit meinem Wert. Stunde? Ja, wahrscheinlich 400. 400? Soll ich das einloggen? Ich logg das mal ein. Ich logg das mal ein und wir hören mal, was Philipp Rauscher dazu zu sagen hat. Ein 75 Kilogramm schwerer Skateboarder verbrennt im Durchschnitt ungefähr 350 Kalorien pro Stunde. Je intensiver trainiert wird, desto höher fällt natürlich auch der Energieverbrauch aus. Das entspricht etwa 100 Gramm Nudeln oder ein bis zwei Energieriegeln. Wer also das Maximum aus seinem Training herausholen möchte und vielleicht auch über mehrere Stunden trainiert, sollte sich in jedem Fall Gedanken über seine Energiezufuhr machen, um gegen Ende des Trainings noch immer leistungsfähig und vor allem auch konzentriert zu sein. Da wird gejubelt gegenüber von mir. Ja, also es ist doch anstrengend, dieses Skateboardfahren, ne? Also ja, es ist schon manchmal anstrengend, doch. Also vor allem mental. Also das ist halt die größte Hürde, habe ich das Gefühl, wenn man besser werden will. Aber was macht es mental so anstrengend, dass du immer und immer wieder das Gleiche probieren musst, damit es funktioniert? Naja, erstmal um gut zu werden, brauchst du Repetition. Aber das brauchst du in jedem Sport. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Marathonläufer sind, der muss ja nichts Besonderes machen, sondern der ist sehr monoton, was er macht. Und bei dir müssen ja die Tricks immer besser werden, oder? Ja genau, dass die Bewegungsabläufe halt stimmig sind mit jeder Stunde, die du halt weiter fährst. Also es wird halt anstrengender mit der Zeit. Und halt diese, ja, du hast halt so viele verschiedene, diverse Obstacles. Die sind immer anders, höher, steiler, größer, angsteinflößender, wo du manchmal gar nicht so unbedingt weißt, was passiert jetzt. Und da jetzt den ersten Step zu gehen und sagen, okay, ich spring da jetzt mal drauf, guck mal, was passiert. Also du musst super viel adaptieren, mit jedem Versuch, um dann herauszufinden, oh okay, das rutscht so und so, das funktioniert oder es funktioniert einfach gar nicht. Also ganz oft ist halt einfach auch nach einer halben Stunde probieren, so viel Frustration da, weil du merkst, ey, du bist technisch gerade nicht aufgestellt, um das umzusetzen. Also Nullnummern, so in meinem Sport, ist halt so Standard, ne? Also sogar, also klar, ich habe meine Go-To-Sachen, die funktionieren halt eigentlich fast immer so, aber wenn es dann halt anspruchsvoller wird, also oder ich was Neues lernen will, fünf, also ein von fünf Mal klappt das oder so. Also eine Nullnummer war das heute nicht bei uns. Und sogar eine sehr gute Nummer, wie ich finde. Wir gehen mal ins Cooldown und rechnen zusammen. Und da steht bei mir eine 16, ja, am Ende. Oder? Doch. Habe ich richtig gerechnet? Ja, doch. Gesundes Mittelfeld. Gesundes Mittelfeld. Man kennt es. Zufrieden? Ne. Ah, da kommt der Sportler wieder. Ja, diese zwei Trickfragen, die waren eigentlich super einfach. Also wenn du da so psychologisch rangehst, also eine Popeye-Frage stellst, natürlich sagst du, nee, der Eisengehalt ist weniger bei Spinat. Da habe ich einfach nicht um die Ecke gedacht. Oder hast du dich von mir wieder so ein bisschen verunsichern lassen, ne? Ja. Aber ist nicht schlimm, weil, wie gesagt, 16 Punkte ist top. Und die Leute draußen, die uns zuhören, die freuen sich auch, weil es gibt einen 16% Powerbar-Gutschein und diese 16 Punkte gehen auch in den Sammeltopf. Und am Ende wird Powerbar da nochmal ein bisschen was spenden. So, wie geht es weiter mit dir, Danny? Nächstes Ziel dürfte *** sein, oder? Äh, richtig. Das ist... Wie läuft das? Also dazu muss ich zunächst mal noch einen Wettkampf skaten. Der ist im März in Dubai. Und da müsste ich noch ein paar Punkte gut machen, um in die zweite Qualifikationsphase reinzukommen, die nur für die Feldbesten 44 ist. Okay. Und von dort aus geht dann halt diese zweite Phase los ab April und dann werden diese Top 44 nochmal konkurrieren und dann gibt es nochmal einen Schnitt auf die besten 20. Also ziemlich straffer Cut. Das klingt nach einem ordentlichen Cut. Also... Ja. Aber du sagst es nicht unmöglich. Nee, sonst wäre ich auch nicht dabei. Also ich würde jetzt nicht irgendwie da teilnehmen, wenn ich das Ziel unmöglich sehen würde. Aber es ist halt auch generell eine ganz gute Experience und ein gutes Learning. Wir haben ein cooles Team. Also überhaupt so mit dem Team irgendwie rauszukommen, auf die Reise zu gehen und diese ganze Vorbereitung und dieser ganze Ablauf und dieses Mindset, was sich dabei entwickelt, das ist unglaublich wertvoll für mich. Und das sehe ich halt so oder so schon als großen Mehrwert. Aber man will natürlich das Ziel erreichen, was man sich vorgenommen hat. Und du hast vorhin schon über Rainer erzählt, deinen Trainer im Nationalteam. Ich stelle mir das schon sehr anders vor, als das, was du normalerweise machst. Weil sonst alles Eigenregie. Und dann hast du auf einmal, bist du beim Team Deutschland... Also ich stelle es mir zumindest so vor, mehr Training, mehr Struktur, mehr Pflichten auch. Stelle ich mir das richtig vor oder ist es völliger Quatsch? Nee, man muss schon lernen, sich zu schedulen. Klar gehe ich irgendwie auch anders trainieren. Versuche mich im Gym irgendwie präventiv darauf vorzubereiten. Also dass ich halt möglichst fit bin. Also man geht da halt struktureller einfach ran, weil Wettkampf-Skateboarding ist nicht gleich Street-Skateboarding. Also Street-Skateboarding ist halt schon auch nochmal mehr mentaler und kreativer und auch ein bisschen stupide. Also weil du würdest manchmal einen Trick auf der Straße drei Stunden lang probieren, bis du dann diese Aufnahme gemacht hast. Und dann freust du dich und dann geht es am nächsten Street-Spot und dann passiert das gleich nochmal. Beim Wettkampf-Skaten ist es so, du hast schon viel mehr Cardio und hast einen Skatepark, den musst du irgendwie nutzen. Also es sind weniger stupide und das erfordert halt eine Vorbereitung. Und deswegen skate ich halt auch manchmal so mehr Skatepark, um halt mich dran zu gewöhnen an dieses Setting, was ich auf der Straße halt nicht so bekomme. Aber keine Ahnung, ich bediene halt beide Sparten. Also ich bin halt, ich komme vom Street-Skaten und ich filme immer noch Videoparts auf der Straße. Und also ich will unbedingt beides machen. Ansonsten geht mir der Spaß dabei auch so ein bisschen flöten. Du hast mal diesen schönen Satz gesagt, Skaten ist eine Sprache. Habe ich das gesagt. Was hast du damit gemeint? Ich glaube, das ist so, ich meinte damit, dass es so eine Art Ausdrucksform ist, wer man sein mag und möchte. Also du kannst dich halt auch anziehen, wie du willst und kannst dich mit deinem Skatestil ausdrücken, wie du möchtest oder Musik und so weiter. Und Leute erkennen sich, glaube ich, untereinander irgendwie. Also oder man ist mit verschiedenen Leuten, glaube ich, dann irgendwie auf einer Wellenlänge. Und dann gibt es halt auch so Spaten-Skaper, mit denen hat man vielleicht auch gar nichts zu tun, weil die was ganz anderes machen. Also ist ja sehr vielseitig. Die sind irgendwie Bowl-Skater oder so, Half-Pipe-Skater. Und du hast gerade durch dieses Street-Skaten ein Talent entwickelt. Du erkennst nämlich tatsächlich in Filmen etc. Erkennst du manchmal, wenn du so einen Straßenzug siehst, weißt du sofort, das ist die und die Stadt. Weil du warst da. Ja, das kommt vor. Ja, man hat einfach ein sehr geschultes Auge für so Untergründe, Straßen, Städte, durch sämtliche Videos, die ich irgendwie geschaut habe. Oder weil ich halt selber schon dort war. Oder manchmal war es dann einfach schon so, ich wusste, dass ein Spot irgendwo sein muss anhand der Architektur. Ja, ist schon sehr auffällig. Gibt es denn jetzt so diesen großen Traum, dort möchte ich unbedingt mal skaten? Also mich zieht es schon oft wieder zurück zu den Plätzen, wo ich schon mal war. Lieblingsplatz? Boah, Lieblingsplatz. Schwierig. Ja, es ist so unterschiedlich. Es geht so ein bisschen mit der Season einher. Also im Sommer bin ich, glaube ich, ganz gerne in Europa. Im Winter bin ich dann lieber irgendwo anders. Asien oder Kalifornien, wo es halt warm ist. Lieblingsplatz finde ich immer schwierig, so eine Frage. Weil wenn ich dich frage, was ist dein Lieblingsessen? Boah, ich könnte ja auch nicht direkt sagen, was es ist. Aber mich zieht es gerade wieder sehr nach Asien im Kopf. Genau. Ich weiß nicht, ob das an meinen Wurzeln liegt. Oder vielleicht auch, weil ich auch gerade erst im März da war. Und es mir unglaublich gut gefallen hat. Ich war in Vietnam und Hongkong. Wo dein Papa herkommt? Genau, mein Papa ist aus Vietnam, aus Hanoi. Und habe da gemerkt, dass irgendwie der Lifestyle und die Art und Mentalität der Leute mir sehr gut gefällt. Und es ist halt eine gute Abwechslung zu dem deutschen Alltag. Der manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, gerade im Winter. Also Winter in Berlin ist schon straff. Und man kann nicht skaten, wenn Schnee liegt. Und ja, unser Winter ist auch einfach zu lang, um irgendwas zu machen. Also eigentlich ist ja von Dezember bis April gar nichts mit Outdoors anzufangen in Berlin. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also dass der Winter zu lang ist, ist auf jeden Fall richtig. Dann stelle ich dir zum Abschluss nochmal eine schwierige Frage, wo ich auch gespannt bin, ob du eine Antwort hast. Gibt es den einen Trick, der irgendwann klappen muss? Der Deathgrind zum Beispiel. Ja, da muss ich nochmal gucken, wie der Deathgrind überhaupt ausgesehen hat. Ich glaube, du würdest ihn nicht überleben. Nee, dann lassen wir den sein. Der eine Trick, der nochmal klappen muss. Und ich glaube, der Trick, der nochmal klappen muss, ist der, dass ich eine Reihe an Tricks, also eine Reihe an guten Tricks umsetzen kann. Also Tricks, die ich bereits kann, aber halt hintereinander weg, dass ich das so... Ich mag gerne so Lineskaten. Und das ist ja auch so ein Ding bei Contest fahren, dass du halt so einen Run hast, 45 Sekunden und einen coolen Run zusammenzubauen, das wäre der Trick. Und ich darf vielen Dank sagen an dich, Danny. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Voll. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Wie gesagt, deine 16 Punkte sind top. Ja, du hast das mit ein bisschen Mittelfeld abgetan, aber ich finde das schon sehr stabil. Und ich darf euch noch sagen, die ihr gerade alle zuhört, falls ihr selbst mal Ideen für Quizfragen habt, die vielleicht leichter sind und Danny mehr Punkte beschert hätten rund ums Thema Sporternährung oder generell Feedback habt, ja, dann schreibt uns gerne oder kommentiert bei Instagram. Den Link dazu, den gibt es wie immer in unseren Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast, also Powerbrains, gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr ihn bewertet und natürlich auch abonniert. Das war's für dieses Mal. Ich sage nochmal danke an dich, Danny und euch. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Danke. Danke.